Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Auf der alpinen Karte sind wir heute zu Gange in der Staffel 3 und das wird eine mehr oder weniger in sich geschlossene Folge werden, wenn man es denn so ausdrücken möchte. Das heißt, wir haben einen Bauabschnitt, den kann man sozusagen isoliert betrachten. Das wird einfach eine Ortschaft werden am Ende, die wir von H bis Z einfach fertig bauen. Vom Erstellen der Infrastruktur bis runter zu den kleinen Details. Also wir beginnen mal mit ein bisschen Autobahnbau. Das wird natürlich noch ein eigenes Thema werden, was sich auch über die komplette Karte und Staffel erstrecken wird. Die Grundlagen, die lege ich halt immer schon ziemlich am Anfang, wenn es geht. Also wenn ich dran denke, dann lege ich auch direkt die Autobahn hier schon mal hin, damit die schon mal ihren Platz hat. Damit das schon mal alles schön eingeplant ist. Und während ich dann eben so weiterbaue in den unterschiedlichen Bauabschnitten, wird auch die Autobahn entsprechend noch immer weiter ausgebaut. Hier legen wir erstmal nur so die ersten paar Kilometer Richtung Kartenrand. Und dann geht es daran, dass hier die Ortschaft, die heute entstehen wird, namens Enzberg auch natürlich direkt einen Autobahnanschluss bekommt, sinnigerweise. Und hier oben wird dann die Ortschaft hinkommen. Hier dieses Kliften, das ist halt auf der Karte einfach schon vorhanden, wenn man die Karte installiert und startet. Und das reißt man natürlich alles üblicherweise weg und bauen uns das dann selber hin. Und damit ist der Standort auch schon festgelegt. Hier schlängelt sich noch eine Landstraße runter und hier wird dann auch noch eine Autobahn entlanglaufen. In irgendeines der anderen, der zahlreichen Täler, die wir hier noch zur Verfügung haben, auf der neuen Karte. So, erstmal bis hier hin, damit schon mal die grobe Infrastruktur hier ihren Platz gefunden hat. Dann die Gleise, die ihr hier seht. Das war, glaube ich, müsste in der letzten Folge zu sehen gewesen sein, wo ich hier die Gleise den Berg hoch gebaut habe. Das baue ich jetzt noch mal ein bisschen um und reserviere mir den Platz dann schon mal für den Bahnübergang. Und dort wird sich dann die Landstraße schön den Berg runterschlängeln. Dann bauen wir die Gleise hier wieder zusammen, damit einfach der Bahnübergang da schon mal seinen Platz gefunden hat. Mit dem werden wir uns dann ein andermal beschäftigen. Dann den Bahnhof habe ich auch schon in der letzten Folge gesetzt. Und da schließen wir jetzt die Gleise an, beziehungsweise bauen uns das alles eben noch entsprechend um. Hier mit einem weiteren Bahnübergang. Und in die Richtung wird dann die Hauptstrecke weitergeführt. In einer der nächsten Folgen. Auch wieder so im Stile einer Bergstrecke. Aber das werden wir dann auch noch gesondert betrachten. Heute geht es wirklich nur um diese Ortschaft. Deswegen bleiben wir auch hier direkt noch. Bauen uns hier noch ein paar Weichen ein. Einfach für höchstmögliche Flexibilität, damit auch alle Bahnsteige erreicht werden können. Dreigleisiger Bahnhof in dem Fall mag ein bisschen übertrieben scheinen, weil es wird eine wirklich überschaubare Ortschaft werden. Nicht allzu groß. Aber damit wir auch da ein bisschen Flexibilität drin haben, die Möglichkeit für Durchfahrtgleise. Und ich denke, das passt schon von der Dimension her. Dann bauen wir noch die restliche Straßeninfrastruktur zusammen. Recht viel mehr wird es nicht werden. Also ihr seht selbst, das wird wirklich überschaubar werden. Dafür allerdings schön detailreich. Hier ziehen wir uns noch so eine kleine alte Straße den Berg hoch. Und da bauen wir auch noch irgendwas obendrauf. Ein kleines Ausflugslokal mit netter Aussicht oder sowas in der Richtung. Hauptsache die Straße liegt hier schon mal. Und dann können wir uns noch überlegen, was wir damit noch irgendwann anstellen werden. Dann legen wir los mit ein bisschen Gebäudesetzung. Vieles davon wird rausgeschnitten aus der Zeitraffer. Immer nur wieder ein paar so kleine Beispiele. Häuser-Auswahl ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Das heißt, wir können uns hier richtig austoben. Dann kommt natürlich eine Kirche dazu. Also ein paar so, sagen wir mal, besondere Grundstücke oder so. Versuche ich in jeder Ortschaft mit einzubauen. Also in dem Fall, hier habe ich mich für eine Kirche und einen kleinen Friedhof entschieden. Dann kommt noch ein kleiner Fußballplatz dazu. Ein bisschen Gewerbe werden wir ansiedeln. Das eine oder andere Restaurant. Damit das halt alles nicht so gleichförmig aussieht. Und ich werde auch versuchen, ein bisschen auf die Bildung zu achten in dieser Folge. Also das kommt immer so ein bisschen zu kurz. Schulen, Universitäten und sowas. Ich versuche mal dran zu denken. So, Friedhofsmauer einmal außen rumgezogen. Hier der Eingangsbereich. Da ziehen wir uns noch einen kleinen Zaun rein. Diese Bogenelemente hier, diese Torbögen, finde ich auch hervorragend. Wenn man sich die ganz klein macht, also runterskaliert, die kann man ja an der Größe ändern. Dann kann man die auch schön hier mit diesen Friedhofsmauern kombinieren. Dann gibt es hier noch einen Straßenzugang. Also die Zufahrt praktisch. Noch ein bisschen anpinseln, die ganze Geschichte. Grabsteine braucht es natürlich jede Menge. Wir füllen mal den Friedhof auf damit. Auch nach wie vor ein ganz hervorragendes Paket. Dieses ganze Kirchen- und Friedhofspaket. Super umfangreich. Wunderbar im Handling, also schön zu benutzen. Sehr komfortabel. Dann hier drüben. Kleiner Fußballplatz. Ist auch so ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Staffel. Wurde tatsächlich auch des öfteren mal angemerkt, dass er eigentlich schon, also wirklich fast jedes Kuh-Kaff, sage ich mal, wirklich, also zumindest einen kleinen Fußballplatz irgendwie hat. Und ich versuche das mal zu beachten. Also es wird mehr Fußballplätze einfach geben auf dieser Karte. Das Ganze noch kombiniert mit dem kleinen Parkplatz. Da stehen ein paar Altkleider-Container rum, ein Glas-Container. Dann füllen wir den Parkplatz noch ein bisschen auf. Das eine oder andere Wohnmobil ist hier auch abgestellt. Ein paar Wohnwägen noch dazu. Ein Vereinsheim. Plus Umkleidekabine und vielleicht irgendwie eine Art Geräteschuppen dazu. Also sehr schlicht gehalten. Eine kleine Tribüne noch, die habe ich auch noch gar nicht benutzt. Stellen wir hier noch dazu, also irgendwie Kreisliga-Süd oder sowas. Keine Ahnung. Sehr reduziert das Ganze. Bisschen rustikaler. Das filmt halt die Auswechselbänke, also für die Auswechselspieler, Trainer, Mannschaftsbetreuer und sowas. Dann pinseln wir das Ganze noch an. Und recht viel mehr braucht es auch nicht für so einen kleinen Dorffußballplatz. So, weiter im Programm. Was ich hier mache, das sind ja eigentlich so kleine Industriegebäude. Ich nutze die einfach dazu. Also die haben ja, ihr seht das rechts in den Einstellungen, Residential 5. Also fünf Leute wohnen dort und dadurch, dass die Dinge auch einen Straßenanschluss haben, führt das eben dazu, dass dort auch Autos spawnen oder halt losfahren. Also die Sims, die dort wohnen, haben so auch die Möglichkeit, das Auto zu nutzen, weil wir wollen das Ganze natürlich auch. Wir wollen ja keine leeren Straßen haben, soll ja schon auch alles lebendig wirken. Da sollen auch ein paar Autos durch die Gegend fahren. Und das Ganze kombiniere ich halt dann einfach mit anderen Wohngebäuden, mit Garagen und baue mir umher, also um diese kleinen Gebäude mit dem Straßenanschluss, baue ich mir drumherum einfach Grundstücke auf mit Garten und Gebäuden und so weiter. Und das Ganze kombiniert mit allen möglichen anderen Gebäuden und Grundstücken. Hier kommt nochmal eine kleine Wirtschaft in Bahnhofsnähe hin und in diesem Bereich hier einfach so ein bisschen Gewerbe. Alte Industriegebäude, die stehen da schon eine ganze Weile rum mit der Dekoration aktiviert und dann passt das eigentlich eh schon ganz gut. Passt man sich noch ein bisschen an und dann sieht das nicht so schlecht aus. So, kleiner, naja, Bahnhofsvorplatz, sowas in der Richtung, also so Bus-Bahnhof halt im weitesten Sinne. Ihr seht schon, das verbiegt mir immer hier so die Straßenkonfiguration. Wenn man sich dann hier oben, man kann es glaube ich einigermaßen erkennen, hoffe ich, da habe ich noch zwei kleine Stückchen Weg dran gezogen, also links oben, rechts oben praktisch. Und dann bleibt das halt in Form. Dann kann ich mir hier nochmal eine schmale Straße durchziehen und da kommt der Taxi-Stand hin. Also dieses ganze kleine Areal Taxi-Stand, Schrägstrich Bushaltestelle. Ich habe hier mal die österreichischen Taxis gewählt. Ich bin da zwar nicht konsequent in dieser ganzen Österreich-Geschichte, aber es soll halt schon so eine Touch haben. Viel ÖBB wird unterwegs sein und ich werde auch mal schauen, was ich noch mit österreichischen Signalen oder Oberleitungsmasten veranstalten kann. Also das Thema werden wir noch ein bisschen vertiefen. Aber es soll so ein bisschen schon so ein bisschen den österreichischen Touch zumindest bekommen. So, Parkplatz dazu. Auch hier wieder praktisch die Straßenanschlüsse. Sieht einfach netter aus, wie so eine Art abgesenkter Bordstück. Also irgendwie, damit die Leute nicht über die Bordsteine drüber fahren müssen, wenn sie auf den Parkplatz gelangen wollen. Dann auch die Methode habe ich irgendwie so, naja, entdeckt will ich. Klingt irgendwie ein bisschen geschwollen, aber ich habe es halt, habe mir das in der letzten Staffel schon angewöhnt. Für Blumenbeetgestaltung zum Beispiel. Einfach diese Friedhofsmauer so ein bisschen im Boden versenken. Damit kann man halt solche schönen Umrandungen schaffen. Das füllt man dann ein bisschen mit Grünzeug auf und sieht doch ganz schnuckelig aus, finde ich. Dann werden hier, ich glaube, es sind Bahnsteine, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, Gleisfeldleuchten wahrscheinlich müssten das sein von der ÖBP. Die werden hier zweckentfremdet. Und so, hierfür Beleuchtung passt auch gut zusammen, finde ich. Dann hier drüben, aus diesem ganzen Joe Freed Basteldings, also aus ehemaligen Modbox, gibt es diese Elemente. Die passen halt sogar, da passen sogar die Texturen mit der Straßentextur zusammen. Und so kann man dann praktisch die Zufahrten hier zu dem Parkplatz auch nochmal ganz nett gestalten. Simple Methode, funktioniert aber ganz gut. Hier noch ein Stückchen Leitplanke reingezogen, um das Ganze zur Bahnstrecke hin abzusichern. Das Industrie- oder gewerbliche Areal hier drüben bekommt einen entsprechend etwas höheren Zaun. Schön mit Stacheldraht obendrauf. Einmal schön das ganze Grundstück eingezäunt. Und auch hier fehlt noch der Straßenzugang. Und da packe ich mir auch gleich wieder so ein Joe Freed Straßenelement mit drauf. Sieht einfach ein bisschen netter aus. So, und das Ganze noch ein bisschen anpinseln. Schon haben wir ein nettes, kleines, gewerbliches Areal. Könnte alles mögliche darstellen. Einen Bauhof, einen Wertstoffhof könnte man so vielleicht gestalten. Irgendeine Firma halt. Das muss keinen tieferen Sinn haben. Hauptsache es sieht irgendwie plausibel aus, das Ganze. So, Grundstücke. Hier nur ein paar Beispiele für Zaun-Setzungen. Das habe ich natürlich dann für die meisten anderen Grundstücke auch noch so durchgezogen. Und die üblichen Verdächtigen aus dem Bereich der Gartendekoration. Einige Spielplatz-Assets habe ich schon aufgestellt. Also die ganzen Schaukelgerüste, Sandkästen und so weiter. Und jetzt kommen hier noch die diversen Hütten dazu. In unterschiedlichsten Ausführungen. Gerade für die Gartengestaltung haben wir ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Den Satz habe ich wahrscheinlich schon unzählige Male gesagt. Aber es ist halt einfach so. Und es ist im Laufe der Zeit auch immer noch mehr geworden. Und wenn man ein bisschen kreativ ist, dann fallen einem auch immer noch mehr Sachen ein. So wie zuletzt hier diese Beetgestaltung. Ich finde, das ist einfach eine schöne Methode. Ihr seht selbst, das geht super schnell. Und ich finde, das ist tatsächlich eine überzeugende Beetumrandung. Hier setze ich mir nochmal so ein kleines Element hin, weil sich der Garten hier im Gefälle befindet. Dann kann ich hier schön irgendwelche Dinge draufbauen, wie zum Beispiel eben diese Hütten. Und hier nochmal ein paar Beispiele für verschiedene Beetformen. Und das Ganze dann mit der Ackertextur angepinselt. Gibt ein überzeugendes Gemüsebeet oder irgendwie sowas in der Richtung. Wo diverse Sachen angebaut werden können. Wie zum Beispiel der verdammte Holunder. Okay. Dann sind wir hier schon mal auf einem guten Weg. Es wird detailreich. Schöne verspielte Gärten. Ein bisschen mehr Grünzeug noch dazu. Und dann sind wir eh schon fast fertig mit der ganzen Geschichte hier. Ein bisschen was aus dem Bereich der Detailarbeit habe ich da noch rausgeschmissen. Das ist eh wiederkehrender Kram, den ihr immer wieder zu sehen bekommen werdet. Wir gehen nochmal an die Gleise dran. Oberleitungsmasten. Auch hier mache ich es halt einfach so, wie es sich bewährt hat. Also auf freier Strecke lasse ich die Oberleitungsmasten halt einfach am meisten stehen. Da macht das einfach wenig Sinn, die selber zu setzen. Aber da wo es Sinn macht, hier so in den ganzen weichen Bereichen, rund um die Bahnübergänge und so weiter, setze ich die natürlich per Hand und schmücke die noch ein bisschen aus. Rohrausleger kommen noch dazu. Dann werden wir noch ein paar Abspanngewichte dranhängen und so weiter. Da haben wir ja auch mehr als genug Möglichkeiten zur Verfügung. Rohrausleger über ein Gleis. Hier nochmal so ein H-Profil. Die eignen sich immer sehr gut, um dann da die Abspanngewichte dran zu hängen. Hier schön zu sehen. Zack, Abspanngewichte dran gehängt. Ja, und so wächst und gedeiht die ganze Geschichte hier. Die erste Ortschaft auf freier Strecke. Dann bauen wir hier noch die Schneepflugtafeln an den Bahnübergang dran. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Immer zu sehen an Bahnübergängen und an Brücken. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen ins Detail. Und zwar erweitern wir uns den Bahnsteig hier noch manuell, um einfach ein bisschen dem Gleisverlauf zu folgen, um eine bisschen nettere Form hinzubekommen. Kleiner Fußweg reingezogen. Dann kann ich genau hier nur dieses kleine Stückchen raustrennen und kann die Elemente dann hier dran kleben. Anschließend bauen wir die Weiche einfach wieder zusammen. Das funktioniert wunderbar. So, der Bahnsteigabschluss. Der läuft halt einfach so ein bisschen spitz zusammen. Und mir gefällt das ausgesprochen gut. Nettes kleines Detail. Nicht zu aufwendig, aber es gibt dem Ganzen halt noch so einen gewissen Touch. Schön dem Gleisverlauf folgend. Dann bauen wir die Weiche wieder zusammen. Und fertig. Wunderbar. Ich feiere solche Bahnsteige. Wenn ich das sagen darf. Wenn man Bahnsteige überhaupt feiern kann. Aber ich trug's. Finde ich super. Großartig. Okay. Bisschen Dekoarbeit noch. Der übliche Kram. Einige Personen-Assets. Und ihr seht auch schon so im dekorativen Bereich, also an den Bahnsteigen selbst, ich habe hier schon diese Überdachung genommen, die in diesem mega guten Bahnhofspaket enthalten war, das am 24. Dezember im Adventskalender war, auf transportview.net. Und auch das wird natürlich noch massiv zum Einsatz kommen. Da werden wir uns noch richtig austoben. Hier sind jetzt nur mal so die dekorativen Sachen dabei. Und der nächste Bahnhof, den wir zusammenschrauben, der wird dann komplett aus diesem Modras, glaube ich nennt sich das, also aus diesem modularen Bahnhofspaket bestehen. Inklusive gebogener Bahnsteige. So, hier noch eine nette kleine Szenerie am Parkplatz. Das Auto muss abgeschleppt werden. Muss dringend in die Werkstatt. Der ADAC konnte nichts mehr machen, der hier vor Ort ist. Polizei ist auch. Schaut auch kurz vorbei. Arbeiter, Lkw-Fahrer. Und der hatte wahrscheinlich einen Motorschaden oder so. Also man sieht hier schön, der hat hier sein ganzes Öl verloren, deswegen hier große Öllache. Polizei kontrolliert vielleicht, ob die Feuerwehr eingeschalten werden muss oder ob man das einfach hier mit Bordmitteln irgendwie Sägemehl draufkippen oder so beseitigen kann. Also, es soll ja alles lebendig wirken, deswegen. Kleine Szenerie. Dann sorgen wir noch für ein bisschen Beleuchtung. Und dann war es da schon im Großen und Ganzen. Wir setzen hier noch eine Buslinie drauf. Die fährt halt auch erstmal relativ sinnbefreit in der Gegend rum. Hauptsache, es fahren schon mal ein paar Busse durch die Gegend, damit man einfach schön filmen kann. Und genau diese Filmaufnahmen schauen wir uns natürlich jetzt auch direkt noch an. So, Alpenstaubsauger ist hier im Einsatz. Okay, kommen wir zum angenehmen Teil. Bevor wir uns die bewegten Bilder, bevor wir uns die Ingame-Impressionen zugemühte führen, hier nochmal kurz zur Einordnung. Hier drüben ist Ennsbruck, also die erste größere Stadt mit dem Hauptbahnhof, bekannt aus den ersten beiden Folgen. Hier ist dann der weitere Streckenverlauf. Ich habe hier schon mal dann noch eine weitere Station eingeplant. Am Stadtrand wird es nochmal eine Regionalstation geben. Dann der Streckenverlauf ungefähr hier. Dann hier geht es den Berg hoch. Das kennt ihr noch aus der letzten Folge. Da hatten wir diese ganzen Tunnelportale und der bisschen Wehrduktbau und so weiter. Hier geht es dann hoch. Da fehlt das noch ein bisschen lückenhaft bei dem Bahnübergang. Und hier oben, das ist eben jetzt genau der Gegenstand der heutigen Folge, die Ortschaft namens Ennsberg. Und da hinten in die Richtung wird es dann weitergehen in den nächsten Folgen. So, einfach nur, damit ihr euch auskennt, einigermaßen den Überblick behaltet. Ich versuche das immer mal wieder so mit in die Folgen einzubauen, damit man einfach weiß, wo man sich gerade auf der Karte befindet. Und so sieht das Ganze dann eben aus. Wenn hier die Züge rollen, und sie rollen nicht zu knapp, wenn ich das bemerken darf. Also das ist ja eine sehr stark befahrene Strecke, wo alles Mögliche durch die Gegend rollt. Und Güterverkehr, Fernverkehr, Regionalverkehr ist hier unterwegs. Der Bahnhof selbst wird aber natürlich nur vom Regionalverkehr angesteuert. Hier hat man auch gerade gesehen, ein Gärtner beim Umkraudiäten. Auch ein schönes Detail. Ist nämlich auch nur dadurch möglich, dass es ja, es gibt ja dieses neue Personen-Asset-Extended-Paket oder so ähnlich, nennt sich das. Mit diesen ganzen vielen speziellen Figuren drin, mit den Köchen, Gärtnern, Polizisten und so weiter. Und die kann man tatsächlich auch so hinbiegen sozusagen. Also es gibt halt verschiedene Positionen. Man kann sie stehend, sitzend, liegend haben. Und dann gibt es auch eine Position, da sieht das zumindest so aus, als würden die Leute am Boden knien. Und das kann man natürlich auch wunderbar verwenden. So, ICE 4 in Doppeltraktion rollt hier gerade durch die Ortschaft hindurch. Hält hier natürlich nicht. Könnt da gar nicht. Bahnsteig ist viel zu kurz. Also wir haben ziemlich viel Verkehr hier. Und viele schöne Filmstellen. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier ein bisschen Trainspotting betreiben. City Shuttle fährt ein mit einer meiner Lieblingsbaureihen der österreichischen Bundesbahnen. Die L44 Alpenstaubsauger finde ich einfach eine wunderschöne Lok. Und hat auch ein hervorragendes Soundpaket spendiert bekommen. Wenn diese, wenn die Hydraulik anspringt. Und gleich bei der Abfahrt einfach mal hinhören. Großes Kino. Ist auch ein Riesenpaket. 1044, 1144 in Top-Qualität vorhanden. Ist hier natürlich so. Gehört mit zum Rückgrat auf dieser Karte. Wunderbar. Genauso hat die Minatora gestellt. Schöne Kulisse. Schöne Gärten. Und der nächste im Bunde. ÖBB Taurus mit einem ein bisschen bunter zusammengestellten Intercity. Und die, ob der genau so realistisch ist, weiß ich nicht. Ich habe Modularwagen genommen. Ich habe Eurofima-Wagen genommen. Und den mal irgendwie so nach Gutdünken zusammengespannt. Und ob das jetzt 100% realistisch ist, sei mal dahingestellt. Ist mir auch egal. Genauso, was würde ich, wenn ich eine Modelleisenbahnanlage hätte, da auf der Anlage herumfahren lassen. Das links im Bild der Güterzug. Ich glaube, das müssten diese modernen Holztransportwagen sein. Das ist auch so ein ganzes Paket mit ziemlich modernen Güterwagen. Alles ziemlich modular. Habe ich auch auf dieser, seit dieser Staffel erst installiert, das Ding. Per Zufall gefunden. Habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass das veröffentlicht wurde. Auch sehr, sehr schön. So, den kennen wir bereits. Den hatten wir schon mal. Der ist natürlich auch nach wie vor hier auf der Karte unterwegs. Schweizer Bundesbahn. Trax-Baureihe. Mit Schiebewandwagen. Und aus der anderen Richtung kommt gerade Railjet in Doppeltraktion hier durchgefahren. Das ist übrigens reiner Zufall, diese tollen Zugbegegnungen direkt auf Höhe des Bahnhofes. Das hat sich einfach so ergeben. Passiert die ganze Zeit. Also irgendwie hatte ich da einfach ein gutes Händchen. Glück mit dem Timing. Aber es ist zum Filmen natürlich ganz hervorragend, wenn sich hier die ganze Zeit die Züge begegnen. Gefällt mir, gefällt mir, Leute. Ich meine, das war bislang schon nett anzusehen, fand ich, die ersten paar Folgen. Aber das ist jetzt so langsam, ist es ganz nach meinem Geschmack hier. Genau so, was in der Richtung wollte ich haben hier. Kleine, schnucklige, verspielte Ortschaften, wo die Züge durchrollen. Wo nicht zu viel los ist, aber doch ein bisschen Bewegung drin ist. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, so kann es weitergehen. Taxistand mag jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben wirken für so eine kleine Ortschaft. Aber das ist natürlich auch alles durchaus touristisch hier. Also es wird noch, hier werden Fremdenzimmer angeboten noch. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Wanderwege, viel Mountainbiking, die ganzen Berge außen rum, Bergsteiger und so weiter. Jegliche Outdoor-Sportarten können hier wahrgenommen werden. Und es wird sicherlich auch noch das ein oder andere Alpenresort oder Hotel geben. All solche Dinge Richtung Tourismus. Da habe ich auch noch einiges geplant. Also deswegen glaube ich, ist hier auch ein etwas größerer Taxistand durchaus angebracht. Die Vogelperspektive. Der nächste Regionalexpress rollt ein. Das ist der Cityjet. Passt natürlich auch wunderbar auf die Anlage. Klassische Rollenaufteilung hier, ne? Die Dame des Hauses mit Wäschekorb ist mit der Wäsche beschäftigt. Der Ehemann schaut sich die Züge an. Und die haben ein Hündchen dabei. Okay, es ist ein Fuchs. Aber egal. Hunde gibt es halt nicht. Und ich mag solche Szenen. Ein Exot. Fast schon ein Exot. Auch ÜBB Intercity gezogen von der 101. Also, natürlich wird auch die B zum Einsatz kommen. Und links und auf Gleis 2 im Bild zu sehen. Es gibt mittlerweile auch Snackautomaten. Ich weiß jetzt nur gar nicht, wo die dabei waren. Sind die auch bei dem großen Bahnhofsmod-Paket dabei gewesen? Oder war das was Einzelnes, was ich runtergeladen habe? Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es Snackautomaten. Auch ein wunderbares Detail. Also es wird einfach immer besser. Und das Coole ist ja, dass ich jetzt wirklich schon von Anfang an hier in der neuen Staffel einfach all diese ganzen wahnsinnig guten Mods zur Verfügung habe. Also das hat sich ja in der letzten Staffel alles erst entwickelt. Und im Laufe der Zeit kamen die ganzen coolen Sachen dazu. Und jetzt haben wir einfach schon eine riesige Auswahl. Also allein die Bahnhofsgestaltung, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist einfach so viel Zeug. Beginnend bei den ganzen Bahnsteigen, was man damit alles veranstalten kann. Und bis runter zu den ganzen Dekorationsmöglichkeiten. Wir werden uns hier dermaßen austoben können auf der Karte. Es wird alles verbaut werden, was es in der Richtung geben wird. Oder was es eben gibt in der Richtung. Da könnt ihr euch sicher sein. So, hier Talent 3 auf freier Strecke praktisch jetzt hier zum ersten Mal Zwischenhalt als Regional Express 31. Hier wird ein bisschen was verladen, nebenbei bemerkt. Rex ist übrigens bei der ÖBB die Abkürzung für Regional Express. Deswegen fährt er hier als Rex 31 durch die Gegend. Und im Hintergrund sieht man auch schon den nächsten Zug anrollen. Wir schlüpfen einmal kurz noch für ein paar Meter hier in die Rolle eines Bewohners. Der ist auch unterwegs zum Bahnhof. Wird dann mit dem Regionalzug weiterfahren. Wir begleiten ihn ein kleines Stück. Kleines Stück heften uns an seine Fersen. Und nehmen hier mal kurz die SIM-Perspektive ein. Und ich höre den nächsten Alpenstaubsauger anrollen. L-44 mit ÖBB-Doppelstockwagen. Den werden wir nicht mehr erwischen. Ja Leute, das ist die Benchmark, qualitative Benchmark für alles was noch kommen wird. Ich werde versuchen das Niveau zu halten. Ich glaube es wird mir sogar gelingen. Ohne arrogant klingen zu wollen. Aber ich bin da einfach schon voll drin in der Karte. Das ist wie Heimkommen. Ist noch cool auf der anderen Karte zu filmen, aber da nichts mehr bauen zu müssen ist auch irgendwie ein Segen. Damit mal abschließen zu können. Und hier jetzt mit der ganzen, mit dieser riesigen Mod-Auswahl einfach sich austoben zu können. Ich bin voll in meinem Element. Macht unglaublich viel Spaß hier auf der Karte. Herum zu basteln und Zeitpunkt dieser Aufnahme ist halt auch noch Weihnachten. Also ich habe jetzt noch ordentlich Zeit. Ich werde einige freie Tage haben, wo ich mich hier richtig austoben kann. Bin selber gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. Wie weit ich sein werde, wenn ich wieder arbeiten muss zum Beispiel. Aber ich glaube es wird so schnell nicht langweilig auf der Karte. Viele schöne Themen geplant für die nächsten Folgen. Und ich glaube wir sind auf einem guten Weg. Etwas erhöhte Perspektive hier. Nochmal ein bisschen nach unten runter gefilmt. Hier nochmal die Gesamtübersicht. Und ich finde, das fügt sich alles ganz gut zusammen so. Hat eine stimmige Grundform die Ortschaft insgesamt von der Infrastruktur hin. Hier der Bahnhof fügt sich gut ein. Ein paar Special-Gebäude. Also einfach alles, was keine Wohngebäude sind. Eben die Kirche plus Friedhof plus kleiner Kreisliga-Fußballplatz. Ich denke die Mischung passt schon. Und dann verabschieden wir uns auch hier von der Regionalbahn, die weiterfährt Richtung nächsten Bauabschnitt. Dort wird es dann in der nächsten Folge weitergehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.